Und da sind wir schon wieder draußen. Ja, speichern. Ich speichere auch mal inzwischen. Wir sind hier schon ziemlich wenig los. Dunwall Whisky Distillerie. Die Lichtwand. Ja, ich glaube... Achtung, Bürger von Dunwall. John Clevering Boulevard wurde zur eingeschränkten Verkehrszone erklärt. Alle Bürger müssen dort mit einer Durchsuchung oder Festnahme durch die Stadtbahn erheben. Achso. Entschuldigung, habe ich gesagt, dass das Pistole-Munitier ist. Nam nam nam. Okay, Distillerie. Was gab es hier denn noch? Haben wir noch irgendwo hier eine Rune? Bei der Lichtwand wahrscheinlich, ne? Kauflaune? Und unten stand was gefunden. Auch nicht schlecht. Ja, zuck mal, was saß. Alter Junge. Sokolov's vorne. Ja, warum eigentlich nicht? Hier zum Beispiel, wenn man jetzt ohne Magie spielen würde, könnte man das auch so machen. Ah, hier. Das wäre jetzt der Weg gewesen. Von hier aus wären wir jetzt reingekommen. Also theoretisch. Glaube ich zumindest. Ne, da oben. Ach, aber guck mal, ich habe euch ein Buch gefunden. Das Ende von Black Sally. Teil 1. Teil 2. Ich frage mich, wie lange diese Aufnahme schon geht. Ich musste nämlich auf Fraps umsteigen anstatt Dexterie, weil Dexterie zeigt ja mittlerweile die Zeit an. Das habe ich euch ja glaube ich auch gesagt. Und, ähm, ja. Und, aktiviert. Oh. Das war nicht gewollt. Entschuldigung. Ich wollte ihn gar nicht umbringen. Ich wollte ihn nur aus dem Weg haben, Mensch. Also ist er tot. Ja, natürlich ist hinter der Lichtwand auch noch ohne. Kann ich durch den Busch gehen? Nee, der Busch ist in der Wand, ne? Ja. Das war knapp. Das ist schon cool, das Spiel, ey. Muss ich sagen. Ja, mit einfach die Möglichkeiten, die man hat, ne? Hier zum Beispiel können wir jetzt die Lichtwand ausclipsen. Oh. Oh, oh. Sorry. Wie komme ich wohl am besten hier rum? Was den Mörder der Kaiser von Kaiserin ist verschwunden? Nicht jetzt bitte. Ah, die Beschissene von Naptors-Lude. Mann. Das ist alles. Mann. So. Huh? Oh. 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 Ich glaube, ich habe mich denn jetzt bitte entdeckt. Ach, er. Hoppala. Ich habe vergessen, dass ich nicht schleiche. Aber gut, ich würde ihn kaum interessieren. Nice. Vermutlich nur sack. Fuck. Scheisse. Ich weiß, dass du hier bist. Dann machen wir das so. So hilf mir doch jemand! Er ist weg! Na komm. So ihr habt es gerade gesehen, euch zuliebe werde ich jetzt nicht die ganze Zeit dieses Perfektionistische hin und her machen, sondern ich werde einfach durchspielen und wenn ich entdecke, werde, haue ich halt ab. Wie das halt so ist. Freund der weißen Rattenfechter Feuerwasser. Hä? Haben wir nicht gerade eine neue bekommen? Der Hans da ist! Ja. Ja. Der Hans da hat für die Kaiserin gekämpft. Vergiss den. Ich erinnere mich nicht mal an die Kaiserin. Wir haben aufgeräumt. Die Straße gehört uns. Weiter. Was haben wir? 20. 20. 2 Elixiere. Dann haben wir noch 25 auf. Hier siehst du. 20. 5 für jeden Mitglied. Wollen wir in deine Taschen gucken? Gebt Ruhe, Jungchen. Nenn mich nicht so. Meinst du kannst mich betrügen? Okay. Na los! Holen wir uns diesen Kerl! Du kämpfst wie ein Schulbete! Gut. Manche Sachen erledigen sich von selbst offensichtlich. Das ist ein Ende! Das waren 25. Na ja gut. Schade, gar kein Elixir, was ich gebrauchen könnte. Ich hab Blut an der Klinge. Oh, die Ratten zu. Nein, wirklich nicht. Hm. Ich glaube, ich hab soweit alles überlebt hier, dass ich sagen kann, okay, es kann weitergehen. Hier kann man glaube ich nach vorne. Hier spricht der Lord Regent. Mit Bedauern gebe ich bekannt, dass mein Dienst als Lord Regent bis zum Ende des Ohrens der Ernte und möglicherweise Dauerweinhaus verlehrt wurde. Okay. Dann sind wir wohl materiell, während wir das tun. Dich hat dein Schicksal ereilt. Hier spricht der Lord Regent. Ah, nicht praktisch. Mit Bedauern gebe ich bekannt, das war Dienst als Lord Regent bis zum Ende des Monats der Ernte. und möglicherweise Dauerweinhaus verwendet wurde. Nicht da eine Karte? Ja. Guckt mal. Und dazu gerechtigt die Ordnung immer und überall wieder hergestellt. Ja, ich glaube, dann haben wir soweit alles. Dann können wir weitermachen und gehen zur Destillerie. Ja.